Es war einmal ein schlimmer Husten. Der hörte gar nicht auf zu pusten. Es war Kocher hinter einer Hand, was jeder ganz manierlich fand. Und doch hat ihn der Doktor Lieben mit Liebens Halsbonbon vertrieben. Die Geriung ist in der Hand. Die Geriung ist in der Hand, was auf der Kopf trifft. Das ist interessant. Die Geriung ist in die Hand. Ich bin der Grade von der Ergämter des UKes. Untertitelung des ZDF, 2020